und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freunde des gepflegten klembersteinbaus ihr seht es schon hier an der verpackung ihr haben mal wieder ein c steht für china e für eigenimport und es ist ein set was ich schon super oft auf aliexpress gesehen habe und mich auch sehr interessiert hat aber ich mir immer gedacht habe ich erspare mir lieber die stickerflut und jetzt will ich mich mal meiner angst stellen und habe dieses fahrzeug gekauft was natürlich einen audi rs6 quattro darstellen soll so einen schönen deutschen power kombi aber keine offizielle lizenz hat deshalb steht hier auch quadalua und aduti also ist zumindest von der seite kein markenname gefälscht wurden ich würde sagen man sieht jetzt an der verpackung hier nicht so sehr viel deshalb mache ich das ganze mal auf und hier haben wir die teile tüten ein teile trainer liegt noch einzeln mit dabei auch die kurz flüge sind einzeln drin und die basis für das fahrzeug denn bei der basis ist auch ein rückziehmotor mit dabei das ist so der typische china standard rückziehmotor damit sollte man auf jeden fall vorsichtig umgehen damit er wenigstens ein wenig lebensdauer hat aber bei diesem fahrzeug geht es ja auch eher um das fahrzeug an sich und die wenigsten werden diesen rückziehmotor hier unbedingt wollen oder brauchen über die steine qualität reden wir ja wie immer während des baus dann haben wir hier noch die anleitung dazu die ist klammer gebunden die papierqualität ist völlig in ordnung die seiten sind so komisch gelblich ich muss sagen das gefällt mir von der seitenfarbe wenig das beißt sich so ein bisschen für mein auge aber das ist geschmackssache ansonsten wird ausgegraut was schon gebaut wurde und das neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt wir haben auch figuren dabei die zeige ich euch dann natürlich auch und hier ist das vor dem ich die ganze zeit angst hatte ich meine ich muss damit rechnen wie gesagt es war klar das sind alle sticker aber das ist schon echt wahnsinn wenn man sich dem hier stellen möchte ich werde sie natürlich aufbringen denn wie gesagt ich wusste vorher es sind sticker und der wagen sieht ohne sticker nach nichts aus wie die sticker qualität ist werde ich euch natürlich dann auch verraten aber davon abgesehen haben wir 41 bauschritte auf 20 seiten in der anleitung bis dann das fahrzeug fertig ist hier sehen wir noch mal den pullback motor erklärt ich glaube das kennt jeder und auf der rückseite sehen wir das fahrzeug noch mal aus ein paar verschiedenen perspektiven und da muss man ja sagen zumindest auf den bildern wirkt es wirklich cool mal schauen ob das in echt dann genauso gut aussieht die set nummer ist übrigens die 31022 und wir haben 338 teile ich bin auf jeden fall sehr gespannt auf dieses set fang dementsprechend jetzt anzubauen und stelle mich meinen größten ängsten und dann sehen wir uns gleich nach den ersten wichtigen bauschritten wieder und wir sehen uns das erste mal nach dem 19 bauabschnitt wieder die sticker sind genauso schlimm wie erwartet nur noch mal ganz kurz was mich noch mehr an den stickern stört als nur die menge und zwar wird hier auch öfters über mehrere teile geklebt wie zum beispiel hier und auch hier vorne also hier ist es nicht nur die menge an stickern die stört sondern auch die art und weise wie die sticker hier verwendet werden was ich aber gut finde ist zum einen bisher die steine qualität die ist von der verbaubarkeit richtig gut vom baugefühl und die steine sehen auch gut aus die haben so eine art metallic look das gefällt mir ziemlich ziemlich gut weil wir von diesem look hier sehr viele steine drin haben und man die auf jeden fall auch noch für andere projekte verwenden kann was ich dann an der konstruktion nicht so schön finde ist dass die ohne sticker überhaupt nicht funktionieren würde also wir hätten dann keine scheinwerfer denn die sind komplett aufgeklebt und eigentlich alle details sind sticker da würde es mir besser gefallen wenn das fahrzeug ohne sticker ein generisches fahrzeug wäre halt ohne r6 logo und ohne diese camouflage optik und man dafür dann diese schönen steine die wir haben zur geltung bringen könnte was kein sticker ist ist übrigens die scheibe die ist bedruckt und wir haben hier interessante teile für die felgen drin also einmal so eine art bremsscheibe einzeln und die felgen einzeln aber eines kann ich schon mal sagen unabhängig davon ob mich die konstruktion hier weiter enttäuscht oder ob sie besser wird allein als teilespender für diese coolen teile ist das ganze hier schon interessant geworden ich war auf jeden fall weiter und wir sehen uns nach dem nächsten wichtigen bauschritt wieder und damit ist auch schon fertig der r6 quattro wie gesagt ohne lizenz und ja das fertig ich habe keinen zwischenbauschritt mehr reingenommen denn der bau war wirklich wirklich nicht spannend das muss ich sagen hier sind keine highlights drin konstruktionsmäßig erwarte ich jetzt bei dem speed champion auch nicht natürlich ist es cool wenn man ein paar schöne stellen drin hat aber hier gab es nichts super spannendes zu berichten noch mal kurz zu den stickern es hat sich sogar noch verschlimmert denn die sticker sind sehr sehr dünn und es ist sogar jetzt zweimal passiert gerade bei den größeren stickern die etwas filigraner sind dass dort eine ecke abgerissen wurde beim abmachen vom sticker bogen also da ist die qualität halt wirklich nicht gut und dieses set man kann es ihm nicht absprechen sieht mit den stickern jetzt wirklich wirklich gut aus also wer sich das irgendwie ins regal stellen will als display set und dann darüber hinweg sehen kann dass er hier diese sticker orgie mitmachen musste der hat hier auf jeden fall seine freude dran aber trotzdem sind die sticker auch der größte schwachpunkt an dem set und wenn wir jetzt davon ausgehen würden dass man vielleicht die ganzen sticker weggelassen hätte und dieses fahrzeug hier ohne sticker heißt auch mit gebauten leuchten auf den markt gebracht hätte ganz generisch ohne irgendeine quadro anspielung oder ähnliches dann wäre das ein richtig richtig cooles auto gewesen für 10 bis 11 euro die dieses set kostet ich habe es für 10 euro 50 aus china selbst importiert dann kann man damit richtig richtig viel anfangen weil ich die fans werden sich daran stören dass es nicht lizenziert ist leute die einfach nur coole sets bauen wollen und denen es jetzt egal ist ob es eine lizenz ist denen reicht es dass eine anlehnung an audi ist und auch wirklich dann gut aussieht fürs regal wenn man das ganze aber generisch gemacht hätte ohne diesen ganzen sticker waren hier mit gebauten elementen das wäre meiner meinung nach auf jeden fall eine bessere lösung gewesen denn sie zeigen an einigen stellen dass sie durchaus wissen wie man zum beispiel ein heck schön gestaltet und da hätte es dann dieses dicker flut nicht unbedingt gebraucht als spielfeature hat dieses auto ja nur den rückziehmotor denn wir können hier keine klappen irgendwie öffnen wir können auch die tür nicht öffnen wir könnten zwar das dach abnehmen aber dafür müssen wir den gepäckträger abnehmen und nehmen dann hier das dach ab wir können figuren reinsetzen haben aber keine sitze und die inneneinrichtung ist sowieso sehr sehr spärlich deshalb ist der rückziehmotor hier eigentlich das einzige große spielfeature und das ist nicht besonders gut muss ich ganz ehrlich sagen ich habe es ja schon beim auspacken gesagt dass der rückziehmotor wie so ein typischer billig china rückziehmotor aussieht und er ist jetzt nicht sonderlich kraftvoll und ich glaube auch dass er nicht allzu lang halten wird ich glaube es wäre cooler mit dem auto zu spielen ohne rückziehmotor wir haben dann noch zwei figuren dabei die wir einsetzen könnten meiner meinung nach problematische figuren die könnten im zoll hängen bleiben wenn die lego irgendwo anfechtet ansonsten sind sie auf den beinen auf der brust auf den armen und dem rücken bedruckt also die sehen durchaus schön aus die gelenke funktionieren gut sie sind weder zu straff noch zu locker ich verstehe jetzt nicht ganz den zusammenhang wieso das zu einem r6 quattro gepackt wurde aber die figuren sind wie gesagt dabei dann haben wir noch diesen teile trainer ein paar kleinigkeiten als ersatzteile alle auch in diesem schönen silber look denn das ganze fahrzeug ist in diesem silber look gehalten und lustigerweise haben wir noch mal jeden kotflügel als teil mit dabei ich glaube aber das ist eher beim packen schief gelaufen ich glaube nicht dass die bei jedem fahrzeug vier kotflügel als ersatzteile reinlegen aber gerade für den verwendungszweck wo ich dieses set für 10 euro 50 einschätzen würde es ist natürlich cool wenn so ein fehler dabei ist denn das ist ein wirklich guter teilespender mit den teilen kann man was anfangen die sind besonders durch diese metallic optik sie haben eine tolle qualität vom baugefühl und auch vom aussehen und das für 10 euro 50 ist wirklich wirklich eine ansage und deshalb meine ich wenn vielleicht die sticker weggelassen worden wären und ein paar baulösungen für die scheinwerfer gebracht worden wären dann wäre das ein richtiger knüller so ist es leider nur ein teilespender oder für eine ganz begrenzte gruppe die wirklich jetzt auf dieses auto steht auch wenn es nicht offiziell lizenziert ist zu empfehlen als generisches auto hätte man es jedem empfehlen können an dem rückziehmotor müssten sie noch arbeiten oder ihnen dann ganz weglassen und der bau war wie gesagt nicht der spannendste aber für 10 euro 50 als generisches auto hätte ich ein auto mit diesen teilen eher als kaufempfehlung gesehen als jetzt dieses trotzdem gibt es eine kaufempfehlung weil wie gesagt der preis ist fair für die teile und man kann es super als teilespender nehmen und der ein oder andere kann bestimmt auch mit dem fahrzeug in dieser form etwas anfangen wenn er die fahrt durch das dicker mehr irgendwie überlebt wenn euch natürlich dieses video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben da und abonnieren in zukunft nichts mehr zu verpassen und wenn ihr dieses set selber besitzt schreibt wie immer gerne eure meinung dazu in die kommentare das würde mich wie immer sehr interessieren ich wünsche euch auf jeden fall noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick